Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu WWE 2K16 Yeah! Unser King of the Wing und mein Gegner, der Killer! Onkel! Geh mal schacker P! Juhu! 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 Der Killer! Du Mutant! Was krieg ich heute? Darf ich dich mal einmal noch fragen? Nee. Warum machst du immer WWE 2K16? Yeah! Weil's geil ist und ich kann auch sagen Yeah! Wie wie 2K16? Ja! Auch gut? Oder nur einmal Year? Oder zweimal? Auch wie du möchtest. Okay, Sternschnuppe. Ja mein Schwerderling. Ja, besser als Raupe. Okay Killer, wen darf ich spielen? Okay, du darfst heute spielen. Hoffentlich mal einen guten, ey. Ich hatte die ganze Zeit nur so Flaumen jetzt die ganze Zeit. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken wer das ist. Und zwar Darren Young. Wie bitte? Darren Young. Darren Young. Mit D, oder? Nein, mit F. F. Ich sag mal wie... Darren Young mit D. Ach, da hab ich ihn ja. Alles klar. Sauber. Also ich find's grad lustig, dass ich meinen nicht finde. Achso, da wird mit F geschrieben. Haha, da hast du dein F. Siehste? Wir sind jetzt auch von Rivano bei mir und natürlich als Special, ne? Und jetzt gleich sind wir bei Rivano und zwar... Oh Gott, Fandango. Der kann auch die Unterhose von Macho Man tragen. F. 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 Fandango. Der hat gegen Sting gewonnen. Der hat gegen Sting gewonnen. Echt? Hä, das bist ja dann du. Boah, da hat der Sting, äh... Scheiße, scheiße, warte mal, stopp, jetzt hab ich was falsch gemacht. Ich hab da ein O drüber geschrieben, obwohl's deine Figur war. Jetzt. Haben wir jetzt einen Fehler gemacht? Du hättest wählen können, du hättest wählen können zwischen Darren Young und Fandango. Achso. Ja, passt schon. Ich hätte den eh genommen, so. Okay, gut. Du kannst den komischen Strapsen, Ritter, kannst du schon... Das kam mir jetzt schon echt komisch vor. Okay. Ach, ich bin schon wieder... Guck immer wieder verkehrt, wenn sich das immer wieder wechselt. Kann ja mal passieren, sag ich mal so. Weißt du, wie ich mein? Hm. Darf ich jetzt mal einen Move machen hier, oder wie, oder was, oder wieso, oder Gewitter? Ah, schön in die Eier rein. Bäm! Schön. So, ich helfe dir kurz hoch. Hallo? Warte. Ja, irgendwie ist das doof. Und jetzt. L1, bitte. L1. Jawoll. Und nochmal L1. Ja. Ich hab doch gedrückt. Wieso? Sei doch nicht so. Hallo? Na, geht schon weiter? Ja. Korrekt. Jetzt kriegst du erstmal einen Schlag wieder, oder ich? Ich... Kabam! Boah! Sehr schön gemacht. Sehr fix und flotty. Ja! Schöne Kombination! Und... Yippie! Was ist das für die Kombination? An drei Seilbrettern und einmal springen? Und, äh... Schmerzen zu fügen. Ja? Ja? Ja, losch. Oh, das tut auch weh, glaub ich. Das sind, äh... Schmerzen, die ich grad nicht unterschreiben möchte. Na, Mann! Ja! Der Würgegriff des Todes, oder? Sleeper hole! Sleep hole! Okay, das war's schon. Aber es tut dir halt weh. Oh, jetzt bin ich förmlich in den Dropkick reingerannt. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Das tut mir leider leid. Klatsch. Ach, kacke. Aber es ist flott. Ja! Ja! Ja, der war gut jetzt. Achso, du bist schon außer Lebens-Energy. Was? Ja, du hast unten Dings nicht. Aber das sah lustig aus, wie ich dir so in die Beine reingesprungen bin. Das fand ich jetzt cool. Bam! Gar nicht mal so schlecht, was der hier so zaubert, der kleine Mann. Mhm. Hm. Au! Drehschlag! Ein Drehschlag! Ein Drehschlag! Tut mir weh. Na, er geht raus. Er geht raus. Und er will auf den Ringseil. Und das heißt, es tut ihm weh. Ja! Schönes Gerät. Schön. Echt schön. Ähm, ich bin grad verwirrt. Ich weiß nämlich grad denn überhaupt nicht, wo sein S ist hier. Hm. Was hat meiner denn für ein S, liebe Freunde? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ah! Da macht er's. Ah. Okay, everybody. Everybody. Come beautiful. Ach, Kacke. Er hat mein Finisher geklaut. Geklont. Aber kein Problem. Ich konnte die Show. Ich konnte die Show. Ach, so. Und... Und Cover! Yeah! One! Two! Und... Oh, ich dachte jetzt grad, das wär ja jetzt feinste Sahne gewesen. Oh! Er springt förmlich wieder in mein Facelifting rein. In dein Facelifting. Genau. Rauch, Rewano, aber dann mal. Bitte was? Hm, hab's schon gehört. Eine andere schon. Und S wie Siegfried. Da boah! Schönes Gerät. Ah, der ist gut, ey. Ich muss sagen, der ist echt, äh... echt nicht, äh... schlecht, der Junge. Äh, 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 was machst du denn? Brother! Mann, du kommst halt immer wieder raus, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch, das ist doch, ne, das ist ja... Gibt's ja gar nicht. Hm? Hm? Ach scheiße, das ist dein Finisher? Ja. Na toll. Ich komm nicht raus! Nein! Ich will nicht! Ich will den behalten, der ist gut. Ja! Oh, mein Herz! Letzte Sekunde. Last one second! Oh, Mann, das ist schwer verletzt, guck mal wieder, dass ich bewege, du. Als hätte ich noch nie was anderes gemacht, außer Schmerzen zu bekommen. Ja! Ja! Mann! Scheiße, ich bin hier daneben, Mann! Ich kann da nix für, ich hab nix gemacht. Ah, you good! One! Two! Ah, schade. Ah, das ist... Der hat echt... Fast in jedem Move hat der ein Cover drin. Äh, vor der Coverman. Coverman! It's the Coverman! It's the Coverman! It's the Coverman! It's the Coverman! Ach so, Mann hat keine Ausdauer mehr, deswegen. Oh, nobody home mehr! Ah, meiner ist schon wieder total fertig mit der Welt. Oh, yeah! Primetime! Ah! Ja! Endlich! Ich hab dauernd, wenn ich das automatisch gemacht hab, bist du immer rausgekommen. Bitte, 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 ich muss mal wieder gewinnen. One! Two! Nein! Ey, das gibt's nicht, ey! Welche Sekunde, ey! Ach, ist doch, das ist doch... Das ist ja wohl... Was ist denn ja? Hier, hallo? Radio Nah! Radio Nah! Here I go! Wahnsinn, ey! Gibt's gar nicht so was! Give it gar net! Auuu! 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 Und wir reversalen uns gegenseitig, bis wir umfallen! Reversal! Ach komm, ich bin doch noch im Sprung gewesen! Auuu! 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 Heeeh! Auuu! 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 it's easy ach man dass du auch immer wieder da rauskommst schon dreimal aus meinen finischen rausgekommen das ist ja quatsch so was das ist dreimal aus meinen finnisch herausgekommen selbst das klappt auch nicht weil man umkreist dich wie so ein bauarbeiter was ist denn da los batz steh auf oh oh er macht wieder irgendwelche scheiße werden ach komm schon ja 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 uuuh du 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 komm her doch ja ja das ist er gewesen und jetzt komm jetzt will ich auch mal ja du bist dazu ich bin ja wegen so was ich ja nicht immer solche pins klar ich mach dir jetzt auch das hab ich auch mitgemacht ich hab dich eingerollt und roll sich will ich sein du zu kack da ist sie dort dass die gute pins das konnte wer die unnahe superpins und du konntest ja schon wieder jeden scheiße hier ich werde schon wieder rumgewirbelt hier oh man was macht er denn da die ganze zeit so gewinn ich jetzt die letzte zeit dann ach 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 gott joo hörst du jetzt mal auf junge ach ich hab dich im flug gestoppt hör mal mhm das ist so schön ist das ob das klappt hier glaubt er nicht mehr dran ja der finischen ich krieg es einmal hin nach 100 jahren oh mein gott bitte 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 one two ja 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 boah das war ja ein geiles match ey boah das war echt übel ey wie oft du da eigentlich ausgekommen bist ah der darren young ist echt cool der war echt cool ey geiles game geiles game ey ich bin aber auch gut rausgekommen mit den kleinsten lücken ja geil geiles game willst du noch irgendwas sagen onkel oder kann ich beenden äh nö war gut ja war super spaß gemacht liebe freunde wenn es euch gefallen hat lasst auf jeden fall einen daumen oben da bei gamershack.lp auf dem kanal bei mir revano.lp und dann würde ich sagen sehen wir morgen wieder ich wünsche euch schönen tag nacht und alles zusammen bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss